hallo leute und das sind wir wieder bei den zwei mega voll idioten so ihr seht er hat die schwarz die leute warten auf uns kam doch jetzt bist du bei es läuft so bei mir im boden drin ja ich verstecke mich halt angst vor dir ich nehme den treppenweg ja ja du bist auch müde ist ein unterschied das ist voll lustig läuft bei mir im boden drin das ist voll hingepackt jetzt bist du gerade aufgestehen ja weil ich gerade disconnect bin da bist du da bist du wieder ich kann zaubern ja wir müssen euch stolz präsentieren wir haben schon zwei juju meter oh ja schon schon betonen liegt auf schon hier in unserem guten metafabrikator genau aber das ding ist so langsam es ist so langsam also ich sag mal wer da ist ein mensch könntest du dir beim laufen die schuhe bis holen so ungefähr das ding ist so langsam das und zweitens ja also ich nehme die gerade mal raus hier die zwei juju meter ja ja der klaut wieder umgerechnet sind es 16 millionen die eu was ein juju meter braucht also schon jede menge 16 oder 16,6 glaube ich war das so der macht hier die juristen glas okay ich mache hier gerade mal habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet die unsere erste advanced solarzelle genau dich werden wir ein bisschen um die bildkraft kacke da kümmern wie viel laser machen wir in drei vier 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 ist eine gute anzahl hier ist eine gute anzahl und eine assembly table und hier ist die solarenergie solarenergie ist viel gesünder solarenergie ist die zukunft ja 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 ich bin schon wieder ein bisschen ja ja du hast ja nicht mehr alle das in den schrank wo sind eigentlich die verkorksten energiepipes da welchen meinst du wahrscheinlich ja die von usd von der malexpanschen die komischen ein energiekonjunktive in unserem in unserem highspeed lager ja schade ist da bei der multi pitch selbst nichts auch in der suche gibt ja ja aber das ändert sich bald das ändert sich bald spätestens wenn du mal denn das komische asch bewegt naja ich meine erst mal hier kommt die komische solarzelle die durch kriegte ich ja echt das ist ja schon eine frischheit hier was was wir hier brauchen ja schon ja es geht dafür kostet sie uns danach gar nichts mehr und die 24 stunden im betrieb das ist sehr gut so jetzt haben wir das ding schon hier ach da von lauter blöcke sehe ich dir keine blöcke mehr ey von lauter blöcke siehst du keine blöcke mehr ne ok die pipes sind eindeutig nicht in unserer kiste habe ich augen wir auch eh von lauter konzentriert schauen ja augen wie augenkrebs augenkrebs ach wir brauchen ja noch dass so ein ah deswegen sind die zwei juju meter ja so irgendwie haben wir die scheißpipes nicht auch die haben wir die hast du doch gemacht gehabt oder ja wo sind die ich muss jetzt auch mal an unser super lager weil vielleicht findest du sie doch wie ihr seht ja heilloses chaos sondern mal genau gucken alle vorne an den monitor ran ich habe die von aber bald ändert sich das da haben wir wieder ein schönes lager habe ich da ich habe mich gerade so erschrocken ich laufe gerade die treppe hoch ja und gucke so aus dem augenregel und denke hey was macht denn ein schwein bei uns im keller dabei ist das diese komische dabei sind das diese casings hier ach so weiß auch ja ich dachte du meinst mich ich dachte wir hätten die schweine bei uns im balki ja porky ja auch schöne grüße an modlina porky porky war da porky hat es begrüßt jetzt haben wir ein sonarium part mit kälfte gleich ist es soweit ja bei mir auch gleich komme ich das wollte ich eigentlich gar nicht so genau wissen jetzt du machst mir angst du machst mir angst mami so so die hatte ich schon mal vorgegriffen die super solar panel hier die auch natürlich jetzt durch crack tech sich verändert haben da brauchen wir silikon plate du bist plate ja ich bin plate ich bin plate verstehst du ich bin plate der sagt ich bin plate der sagt du sollgern sie mal du sollgern sie mal ja sagen sie mal bin ich plate oder was du sollgern sie mal ey ey ich halt wo sind denn die im popo muss ich echt ich brauche advanced was du nicht aus brauchst halt unsere erste energie zelle und der zweite war ein advanced na komm da ist sie what what da ist sie da ist sie die advanced solar so nah die advanced aber wo stellen wir die hin aufs dach mach du erst mal das lager dass das hinter uns ist das einschließen kann man den notfall offline auch noch ja genau hast du echt ja lager haben wir uns auch wie folgt überlegt so für den anfang natürlich erstmal die multi page chest da unten vorzeitig weil wir mit anfangen wir voll chaoten weil irgendwie es läuft bei uns alles ein bisschen chaotisch aber wir wollen es ja ein bisschen wenigstens so ein bisschen modgetreu machen aber nur ein wenig deswegen wollen wir einfach um zu gucken was wir im lager haben applied energistics nehmen genau andere nehmen wir dafür logistik bei macht das gleiche wie applied aber natürlich nur zum rausziehen aus den kisten ohne storage irgendwas genau ach die müssen in den ofen in den ofen oh hier sind kartoffeln brauchst du kartoffeln ne ich habe noch 21 ich habe nur geerntet damit wir haben hier schmeißen die kartoffeln nimm sie und friss oder stö ja ich habe eh und gar drei drei so fette kollen ja und hier seht ihr ja er leuchtet auch im schwarzen glanze hier genau schwarzsucht weil hier ist so viel mit monstern da mussten wir einfach mal ein bisschen rüstung machen wenn wir schon die quantum suite nicht reißen können ne 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 was brauchen wir denn hier was brauchen wir denn hier ja ich könnte es dir sagen aber dann müsste ich dich töten nein das möchte ich nicht dann möchte ich lieber selbst gucken und leben bleiben nr nr johann zu dem und das ist nicht klar das gibt es auf er so wie ein bisschen so ein bisschen planer hier schon das muss man muss mir schon eingestehen also ja es ist halt so ein bisschen ein bisschen aber trotzdem zu wenig ein paar mehr machen hier ein bisschen ich bin eh total verplant und total blöd aber ja wenigstens gibt es zu das ist ja schon mal ein guter Weg zur Besserung ne ja würde ich auch sagen das kann man ja schon mal hoch anrennen dir ja na ich bin ein guter ich bin ein guter ich bin ein guter dummer Mann das hast du jetzt gesagt ach ich habe in deiner Ich-Form geredet was brauchen wir denn noch hier was brauchen wir denn noch was brauchen wir denn noch das Ding ne das Ding brauchen wir auch mal so jetzt haben wir unsere Engines mal was zu tun genau gib den mal Fufu 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 gib den Engines Fufu gib den Engines Fufu du hast ja nicht mal so wieder gucken ich bin so vergesslich ja das macht das Alter ne du blöder Hund du blöder Hund hehehe alter so das ist halt so wenn man 60 wird so so 60 hier bin ich halt auch ins Gewinde getreten und hier erst 60 ja so weit weg bist du noch nicht mehr von 60 ja dann feiern wir den Runden geht dich gar nichts an ich weiß es ja hahaha ok voll verplant aber passt so 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 ja ich brauch Glas ich muss wieder an unser Lager ja da war grad Motorrad habt ihr das gehört ey ist für euch heute auch so geiles Wetter Schwäfti äh ja heute war relativ aber ja bei uns ist so ey es war so heiß und es war so geiles Wetter hammer 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 es könnte besser sein sagen wir mal so echt jetzt ne bei uns könnte es glaub ich nicht besser sein wie nö so es war schon warm aber es war halt trotzdem ein gewölkter Himmel wie heißen die Dinge nochmal so der Traum Input Bus hier Storage Bus Storage Bus wär auch alleine drauf gekommen ja ja sagen sie alle das gute alte NEI ohne NEI wär ich echt manchmal voll aufgeschmissen niemand ich und er NEI niemand ich und er ach er ist schon an mir vorbeigelaufen ich wollte dich gar nicht spitzeln schau da läuft schon das blinkt schon das blinkt hier gehts schon ab ja da können wir endlich gehts ja dann können wir das alles eins herstellen autorisieren ey automatisieren wir autorisieren unser System genau du bist autorisiert herzlich willkommen bei let's autorisieren System System Volume 3 ja genau Volume 3 so ja die Solarzellen wohin werden wir die verfrachten ja die anderen bauen wir dann aber auch auf oder ja aber ich würde sie vorher erstmal hier vor der Tür klatschen dann haben wir nicht so einen weiten Weg bis wir mal eine ordentliche Versorgung von oben nach unten haben oder da müssen wir erstmal auf ein bisschen Juju mit dabei warten ja deswegen meine ich ja vorerst mal weil ich würde sowieso hier unten auch mal die Stromversorgung umbauen dann das ist ja katastrophal hier unsere Stromversorgung kannst du auch so auch nicht sagen ja so demnächst auch Spaß und Spaß dreimal den Kontroller bauen wir auch noch hm ja hab ich hab ich hab ME-Controller gemacht ME-Exist-Terminal und Storage-Bus dann bau den Kontroller gleich hier unten rein warten genau hier da haben wir Strom und ME-Kabel und oben drauf machen wir weiß nicht ein Kabel oder gleich oben drauf oder gleich oben drauf machen oder ja mit einem Kabel wärs halt so in Blickhöhe oder so das kann man dann das kann man noch verkleiden später das sieht auch ganz cool aus ich mach mal die Storage-Bus unten dran genau und dann hätten müssten wir schon Lager Lager Freunde der Nacht, Freunde der Augengänge wir werden hier gucken ob wir gleich Signal bekommen 10 Units brauchen wir 5 EU ach so und schon haben wir unser Lager hier traumhaft ich will gucken ich will gucken und dann können wir wenigstens schön sortieren yeah guckt euch an Lager genau ist das nicht Kacke ist das nicht geil scheiß dran dann ist das geil hier und dann kann man schön suchen endlich ach du Kacke schönen Überblick hier ach so die Solarzelle die Solarzelle ich hab fast vergessen ja die anderen haben wir da auch hier genau ich werd nochmal kurz zeigen wie er das gemacht hat mit den Star-Bus einfach hier hinten dran geklatscht genau die sind einfach auch nur dafür gut weil wir ja nicht mit diesen Drive arbeiten wollen also mit diesen Festplatten quasi von Applied Energistics sondern wir wollen eben ein Kistenlager haben was trotzdem mit Applied Energistics verbunden ist tja klingt doof ist aber so cop of porn ne ja cop o cop o porn ey ja hier ist halt die Frage wo fahren wir da mit dem Stromkamera unten hier unten hier ey hier guck mal hier zack da kommen wir direkt hin ja wir brauchen aber wir müssen den MFS YouTube vollpusten so die ist da hinten dann gehen wir hier rüber da müssen wir mal rüber und da runter ja wie ihr seht ja EdGelfter baut wieder das halbe Ding oben hier hier müssen wir rein also da rauf hast du Kabel einstecken? ich glaube ein paar da müssen wir rauf hier müssen wir rauf wo müssen wir rauf da ruhig bin aber dann stelle ich mal die advanced hier hin und dann machen wir so 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 ey ich habe nur noch ein Kabel noch so ich bohren noch Glaswasserkabel so und so und so und bohren du äh so ja das ist erstmal erstmal ist das ja mal erstmal gut hier mit Anfang kann man das Geld lassen ne so es ist nicht perfekt aber es geht so oben Glasfasserkabel brauchen wir dann noch so so soll ich schnell was machen? jo kannst du denn machen ich mach schnell was aha wir können jetzt hier unser schönes Lager benutzen ha 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 ich glaube schön ist es eine andere Frage aber es funktioniert auf alle Fälle aber wir haben sogar noch Glasfasserkabel ach ach siehst der ohne Lager hätten wir das nie gefunden ne nie im Leben warte mal wo muss denn das hin? einfach unter Isolat sein der auf dieser Seite andere Seite nichts mehr andere Seite nichts mehr hier brauchen wir auch noch eine dann hast du auch noch eine hingetan da und halb musst du auch noch eine rein tun dann haben wir wenigstens schon mal ich hab auch noch eine 8, 9, 10, 11, 12, 13 EU das ist ja schon mal was ne 13 EU das ist schon ja 13 was ist denn unser das ist 13 Units das ist durch 2 musst du teilen gell bei ja genau bei Blade Energy boah wir haben schon 59 Kabel verbaut ja ja bist du das Wahnsinn die ganze Umleitung weil ich ja rundherum gefahren bin weil du ja nicht sehen wolltest 59 Kabel ui 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 naja jetzt können wir dann die Katze liegt im Schnee theoretisch können wir jetzt ja den Boden entlang fahren wir haben jetzt diesen Assembly Devilot mit dem wir die Kamas bauen können ja das werden wir dann eh umbauen ich würde sowieso sagen der läuft dass wir hier unten ein bisschen umbauen werden weil das ja ein bisschen die die Motoren da weg also ich finde die irgendwie die sind ein bisschen höhrend oder so ne generell ich würde auch zum Beispiel diesen äh was ist denn das der Kompressor auch irgendwie umbauen dass der nicht da oben steht sondern irgendwie mit dem Boden reinbauen und nur der Kompressor rausschaut oder so keine Ahnung ja und die Stromverkabelung umbauen das ist ja katastrophal wie wir das gebaut haben das stimmt ein bisschen verstecken irgendwie aber das können wir das können wir ja so ein bisschen nebenbei oder machen ja offline ne nachdem ja 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 wir haben schon ja wir haben schon die Folgen die vergehen wie im Flug hier das ich könnte ich könnte hier einen Tag lang bauen ne nur bauen und erzählen und bauen und wieder erzählen ich könnte eh einen ganzen Tag erzählen und ich hätte mal allein unteralter werden sollen oder? ja aber allein dich unterhalten das bringt ja nix achso du meinst andere unterhalten ja glaube ich ich dachte immer ein allein unterhalter wäre nur na egal egal lassen wir das Devali oder? ja hier oben hatten wir ja vorher unsere Kissen stehen die haben wir weggebaut weil wir wollen ja auch mal hier wir haben ja hier nämlich dass man auf die schnelle zeigen kann wir müssen ja auf Klo und so weiter ja auch ne wie heißt das Klo hier? Klo oder Toilette oder? keine Ahnung so heißt es nicht da ist er Toilette heiße Toilette haben wir hier ja genau Bad, Küche, alles und alles da braucht man ein paar Römer wo man dann einfach ein bisschen hier äh relaxed und mein Bett steht hier weil ich äh wir hatten gestern unseren kleinen Ehe-Streit deswegen schläft EdCraft da unten und ich oben da bin ich nämlich äh verfrachtet aus dem gemeinsamen Ehezimmer ja ich bin immer noch ein wenig beleidigt und ein wenig bekloppt hier da ich darf EdCraft da schlafen genau hier da muss ich mich grad mal drauf stellen hier damit es wieder unordentlich wird genau da haben wir doch schon wieder viel gemacht hier in der Folge meine Güte ja ey hast du jetzt mal hinter uns denn gespielt? Hä? ja du dachte deine Stiegel schlafen Boah Boah Slapen man kann sich nicht mehr reinlegen boah Scheiß ja doch ja super jetzt bin ich sehr tot wenn ich raus geh ne nichts mehr Es geht ja auch sogar zurück. Ah, Tom. Tom, bleppen. Ah, du. Ich hab nur so einen kleinen Schlitz hier zum Kuchen. Mutterschön. Echt? Ah, egal. Ich schlafe unter der Stiege. Lass das stehen. Okay, dann ist es schön. Ich bin nichts geschützt vom Kuchen. Stimmt. Aber der ganze Elektrosmog. Was? Boah, ja, stimmt. Hab gar nicht dran gedacht, hier die ganzen Abgase und alles. Die ganzen Implusionen von Explosionskompressor. Also umgekehrt. Ja, ja, ja. Dein Explosionskompressor. Boah, geht's. Aber weißt du, was Vorteil ist? Du hast hier schön Blinklichter, so richtig Disco-Mazing. Wie ne Disco, ja, wie ne Disco. Oh, ja. Oh, ja, ich irgendwo. Hier. Ja. So, was? Ja, ich denke, dann lassen wir es sein für heute. Oder für jetzt. Ja, ich denke, dann haben wir ja schon ein bisschen. Aber du stehst wieder eben im Explosionskompressor drin. Ja. Ja, haben wir ja schon wieder ein bisschen was geschafft. Es geht in langsamen Schritten vorwärts. Ja, wenn ihr mal so angeschaut habt, wir haben schon ziemlich viel an Geräten und so. Ja. Nur zu wenig Sturm halt. Das schaffen wir auch noch. Ja. Die Leute wissen ja immer, 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 immer. Immer Vollgas. Immer verfolgen, Tipps geben und uns weiterhelfen, weil natürlich auch wir kennen uns nicht mit allem aus. Oder halt zumindest Klopapier. Ja. Ja, ja, komm jetzt hier. Jetzt stell mich doch mal nicht hier so schlecht hin. Na doch, wir müssen ja schon bei der Wahrheit bleiben, ne? Sonst bin ich nämlich traurig. Dann muss ich so weinen. Sonst weinen, ja. Schlimmer Pumpe. Ja, mein. Armer Pumpe. Keine Dosen mit Leid. Ja, gut. Dann haben wir es. Genau, haben wir es geschafft. Ja, haben wir geschafft. Was wir wollten, haben wir geschafft. Perfekt. Der Rest folgt. Also, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Wie immer. Schaltet nicht wieder ein, ey. Doch, wieder ein. Bitte wieder einschalten. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Ciao.